Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie eigentlich schon fast erwartet, gibt es jetzt das Tokio Pop Programm für die Monate September bis Februar 2024. Ganze 23 Lizenzen wurden angekündigt, also eine ganze Menge und dazu sehen wir uns gleich wieder. Dann bin ich jetzt auch soweit, dass ich euch erzählen kann, welche Manga ich mir eigentlich aus den ganzen Programmankündigungen hole. Das wird dann das nächste Video sein und ja, jetzt starten wir aber erstmal mit dem Programm von Tokio Pop im September. Da gibt es als erstes The Tale of Outcasts von Makoto Hoshino, Action-Drama Shonamanga. Bei der sind 8 Bänden abgeschlossen, erscheint alle 3 Monate zum Preis von 8 Euro und soll ein Buchrückenmotiv enthalten. Visteria ist eine Weise, die vom Betreiber ihres Waisenhauses zum Betteln gezwungen wird. Dabei begegnet sie Malbus, einem jahrhundertealten Dämon, der langsam aus dem Bewusstsein der Menschen verschwindet und nur noch von wenigen gesehen werden kann. Als Visteria verkauft werden soll, schreitet Malbus ein, um ihr zu helfen. Doch da Dämonen nicht ohne Gegenleistung helfen dürfen, droht er sich deshalb aufzulösen. Visteria bietet im Gegenzug ihr Augenlicht an, um ihn zu retten. So leben die beiden fortan gemeinsam. Doch Visteria wird ohne ihr Wissen von Verwandten verfolgt, während Malbus von der Kirche gejagt wird. Die Situation spitzt sich zu, als andere Dämonen um die beiden herum beginnen, Menschen zu töten. Dann gibt es außerdem den Titel Himmelblaue Zeiten von Okura und Kumahashi. Ein Drama-Romance-Schonemanga, der ist in drei Bänden schon abgeschlossen, erscheint ebenfalls alle drei Monate für acht Euro. Noshino wechselt an eine neue Schule und lernt dort mit Sanada einen verschlossenen Jungen kennen, über den das Gerücht kursiert er sehr schwul. Das hält Noshino aber nicht davon ab, sich selbst ein Bild von ihm zu machen. Mehr und mehr lässt Sanada seine Mitschüler über die Mauer schauen, die er um sich herum errichtet hat. Und so sind die Weichen für eine bedeutende Freundschaft gestellt, die stark genug zu sein scheint, um alle Hürden des Lebens zu meistern. Dann gibt es außerdem den Manga Mao Kanchu's Agenda von Kina Nishino, ein Comedy-Romance-Shojo-Manga, der läuft bisher in vier Bänden noch, erscheint alle drei Monate zum Preis von 7,50 Euro und ist der Schoko-Kart-Titel für den Monat. Ich hasse Männer, lautet Mao Mikazukis Urteil, nachdem ihr Freund mit ihr Schluss gemacht hat und sie dann auch noch erfährt, dass er nur wegen ihrer großen Oberweite mit ihr zusammen war. Doch am nächsten Morgen wacht Mao mit ganz anderen Problemen auf. Sie hat sich in einen Jungen verwandelt. Ihr alleinerziehender Vater weiht Mao in das Familiengeheimnis ein. Durch ihre Adern fließt das Blut einer Hexe und auch er war eigentlich eine Frau. Da Mao das Dasein als Mädchen ziemlich anstrengend fand, erfindet sie sich nun mit ihrer neuen Rolle ab, wechselt die Schule, zieht ins jungen Wohnheim und versucht optimistisch nach vorn zu schauen. Doch nicht nur Maos Mitbewohner oder ihre neuen Mitschüler sorgen für ziemliches Chaos in Maos Leben, ihr Körper mischt sich ebenfalls ein. Dann gibt's außerdem noch den letzten Titel für September, How to Train a Nubi, von Hibiku Haruyama, Rom-Com Boys Love Manga. Der ist in drei Wänden abgeschlossen, alle zwei Monate zum Preis von 8,50 Euro. Murumiya arbeitet für einen Spielzeughersteller und hat aufgrund seiner Körpergröße immer wieder mit den Witzen seiner Kollegen zu kämpfen. Doch was ihm an Größe fehlt, macht er mit Ehrgeiz und seiner schlagfertigen Art wieder wett. Als Neuzugänge im Büro anstehen, soll Murumiya den hochgewachsenen Sera einlernen. Der ist nicht nur 30 Zentimeter größer, sondern auch ziemlich ruhig und zurückhaltend. Die beiden werden so zu einem besonderen Gespann in ihrem Büro, das sich trotz seiner Gegensätze überraschend gut ergänzt. Als sie mit ihren Kollegen bei einem Feierabendbier anstoßen, lässt sich Murumiya mitreißen und trinkt einen über den Durst. Der fürsorgliche Sera bringt ihn nach Hause, doch plötzlich küsst ihn sein betrunkener Kollege. War's das jetzt mit der guten Zusammenarbeit? Dann sind wir außerdem im Oktober. Eigentlich ist das Schema recht ähnlich. Es gibt immer entweder einen Shonen-Titel, einen Shoujo, etwas Besondereres und einen Boys Love. Also zieht sich jetzt weiter durch. Der erste Shonen-Titel deswegen ist Die For Me, My Darling von Kaneme Machuro und Saka Kaiba Rasoso Drama Horror. Alle drei Monate erscheint der Titel, hat zehn Bände für 7,50 Euro. Er bekommt ebenfalls ein Buchrückenmotiv. Schon seit seiner Kindheit ist Taco in seine Schulfreundin Mika verknallt. Doch als er ja endlich seine Liebe gestehen will, wird er beinahe von dem plötzlichen Drang überwältigt, Mika brutal zu ermorden. Und damit steht er nicht allein da. Auf der ganzen Welt geschehen entsetzliche Morde zwischen Liebenden, die sich wie eine ansteckende Krankheit ausbreiten. Taco macht sich zur Aufgabe herauszufinden, was hinter dem schrecklichen Phänomen steckt, um so Mika vor sich zu retten. Dann außerdem Schau zu den Sternen, Blick nicht zurück von Haru Aoi, Drama-Romance-Jojo-Manga. In einem Band abgeschlossen für 7,50 Euro ist hier der Schoko-Card-Titel des Monats. Moreno ist ein unauffälliges, ruhiges Mädchen, während ihr Mitschüler Hasumi in der Klasse stets den Klassenclown spielt, aktiv und beliebt ist. Eines Tages haben sie zufällig eine kurze, aber angenehme Unterhaltung, kehren danach aber wieder in ihre eigenen Welten zurück. Wenige Tage später jedoch begegnet sie Harumi zufällig in einem Krankenzimmer und blickt in ein todtrauriges, verweintes Gesicht. Noch am selben Abend wird Moreno selbst in Tränen ausbrechen, als sie zu Hause auf ihre gewalttätige Mutter trifft. Dann gibt es außerdem einen Göslauf-Titel, Alice und die Halbbluthaxe von Kuchira, Fantasy in drei Bänden abgeschlossen für 7 Euro. Schon an ihrem ersten Tag in der Hexenklasse Sternenlicht wird Marie bewusst, dass sie als Halbbluthaxe in den Augen ihrer Mitschülerinnen eine Außenseiterin ist. Einzig in Alice, einer 17-jährigen Hexe aus gutem Hause, findet sie eine Freundin. Zusammen bestreiten die beiden den Alltag an der Akademie, haben dabei jedoch immer im Hinterkopf, weshalb sie eigentlich hier sind. Sie sollen ihre magischen Kräfte stärken, um sich eines Tages an den Menschen zu rächen, die sie jahrzehntelang gejagt und gefoltert haben. Dann gibt es außerdem noch den Titel A Bloody Bites at Boarding School von Niki Taino. Ein Boys-Love-Manga in zwei Bänden abgeschlossen, erscheint alle drei Monate für 9 Euro, der hat Überlänge. Angesehene Familien aus aller Welt schicken ihre Söhne an das renommierte Blanc College, das majestätisch hoch in den Bergen thront. An dieser Akademie stehen Disziplin und Tradition an erster Stelle und so ist es nicht verwunderlich, dass das Gerücht, ein Monster würde hier sein Unwesen treiben, ganz schnell beiseite gefegt wird. Doch als ein Mitschüler mit einer Bisswunde durch die Korridore taumelt, kann niemand mehr seine Augen und Ohren vor der grausamen Wahrheit verschließen. Unter ihnen lauern Vampire. Der letzte Titel in dem Monat ist dabei dann das Artbook zum Titel Citrus von Saburota, das erscheint für 39 Euro in einer Hardcover-Ausstattung mit Goldveredlung, 170 Seiten mit zahlreichen Illustrationen zum Manga und Anime. Dann sind wir im November angekommen, nicht nur bei dem von Tokio Pop ausgepriesenen Programm-Highlight, sondern auch, ich würde ganz klar sagen, dass das mit Abstand der beste Titel dieses Programms ist. Und das ist dann jetzt doch endlich die deutsche Fassung von Heaven Officials Blessing von Mo-Shang Tong-Shu. Also ein Dramedy Mystery Boys Love Novel in dem Fall. Also hier kommt jetzt die Novel-Variante für uns. Die wird in acht Bänden abgeschlossen sein. Vom Umfang her orientiert die sich an der englischen Seven Seas-Variante und wahrscheinlich auch von der Aufteilung sehr stark. Erscheint alle drei Monate etwas schneller als bei Seven Seas. Wieder zum Preis von 14,99 Euro für die Softcover-Variante und 24,99 Euro für die Hardcover-Variante. Der Preis für Softcover ist auf jeden Fall international konkurrenzfähig und Hardcover ist natürlich wieder ein bisschen was Spezielles. Als Kronprinz eines wohlhabenden Königreichs geboren, war Schillian für seine Schönheit, Stärke und Reinheit bekannt. Seine jahrelange Hingabe und edlen Taten ermöglichte es ihm, zur Gottheit aufzusteigen. Doch nach dem Aufstieg kommt der Fall und so wird er immer wieder aus dem Himmel verstoßen und in die Welt des Sterblichen verbannt. Als er 800 Jahre später zum dritten Mal in den Himmel aufsteigt, wird er von den Göttern dazu verdammt niedere Aufgaben zu verrichten. Dabei trifft er auf einen mysteriösen Mann, der die Geister beherrscht und den Himmel in Angst und Schrecken versetzt. Doch was Schillian nicht weiß, ist, dass dieser Mann schon sehr lange ein Auge auf ihn geworfen hat. Mit ihm an seiner Seite stellt er sich seiner Vergangenheit, um den Fluch seiner Gegenwart zu brechen. Bei Heaven Official's Blessing hatte ich schon immer den Eindruck, dass die Inhaltsbeschreibung nicht so wirklich gut wiedergibt, worum es in dem Titel geht. Aber dafür habe ich ja aber auch schon mal einen Ersteindruck zu der Novel gemacht. Wobei ich den so ohne weiteres auch nicht mehr stehen lassen würde, weil die anderen Bände dann doch teilweise einen anderen Vibe hatten als der erste Band. Beziehungsweise man einfach im ersten Band noch nicht genau sagen konnte, wohin die Reise geht. Und ich würde halt auch auf jeden Fall sagen, wenn ihr die Geschichte prinzipiell spannend findet, ich würde euch ganz dringend empfehlen, auf jeden Fall bis zum vierten Buch besser noch bis zum sechsten zu lesen. Denn für mich sind das eigentlich die beiden Highlights in dem Sinne, dass man hier auch wirklich mal die Tiefe und auch die Abgründe der Geschichte so wirklich kennenlernt. Ich finde, dass Band 4 schon ein guter Einstieg und Band 6 treibt es dann auf die Spitze. Also die Abschlussbände sind dann natürlich auch noch sehr, sehr, sehr gut. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr von dem ersten Band vielleicht dann noch nicht ganz so überzeugt seid, dann tut euch den Gefallen und lest das Band 4, weil der wirklich, wirklich, wirklich richtig gut ist und es so der erste richtige Game Changer ist, finde ich, in der Geschichte. Ansonsten ist Heaven Officials Blessing ganz hervorragend. Es ist eine unglaublich, unglaublich tolle Geschichte, was man sehen wird, auch wenn ich das Video zum Ende des Jahres drehe, welche die zehn Neustarts des Jahres waren für mich. Dann passt da jetzt auch, dass die deutsche Ausgabe kommt, dann kann ich den auch auf jeden Fall gebührlich renken schon. Ich habe den Titel schon fertig gelesen online, also ich bin komplett, habe die komplette Geschichte gelesen und kann deswegen das mittlerweile, glaube ich, auch sehr gut beurteilen. Auf jeden Fall von mir Riesenempfehlung. Auch, das ist in dem Sinne, was die BL-Elemente angeht, ist der sehr harmlos. Also einfach, wenn man eine wirklich, wirklich gute Geschichte lesen will. Fantasy Mystery mit Horror anleihen, Drama, ganz stark, ganz stark Drama. Auch so historisch, was so den Fall eines Königreichs angeht. Und ja, was für ein grausames Schicksal jeweils unterschiedliche Menschen, ja, unterschiedliche Wege gehen lässt. Und was halt auch wirklich hohe psychologische Komponenten hat. Und dann kann ich den wirklich nur empfehlen, unabhängig davon, ob man sonst BL liest oder nicht. Weil über Küssen geht es hier nicht hinaus und selbst das kommt recht selten vor. Also insofern, finde ich, können auch nicht BL-Leser hier sehr, sehr, sehr gut zugreifen. Dann haben wir als nächstes in dem Monat, es gibt ja tatsächlich noch andere Titel, Cheering Up in the Underworld von Runa Hirai, Rom-Com Shonemanga. Der bekommt allerdings die Schoko-Card. Es sind sechs Bänden abgeschlossen, erscheint alle drei Monate zum Preis von 7,50 Euro. Tomari arbeitet für ein Gerichtshaus in der Unterwelt und langweilt sich dort zu Tode. Als sie wie aus dem Nichts befördert wird und von nun an dem König persönlich assistieren soll, schlagen ihre Gedanken Purzelbäume an. Sie versucht, sich dem König der Unterwelt vorzustellen, doch entgegen ihrer Wartung trifft sie nicht auf einen großen, kräftigen Kerl, sondern auf einen jungen, blonden Mann, der alles auf die leichte Schulter nimmt. Dann kommt außerdem für Death Note wieder eine neue Edition und zwar dieses Mal die All-in-One Edition von Takeshi Obata Tsugumi Oba Drama Mystery Shonemanga. Der erscheint hier jetzt in einem Band, in dem alle zwölf ehemaligen Death Note Bände halt vereint sind für 50 Euro inklusive einem speziellen Schuber. Ist eine Edition, die gab es so auch schon im japanischen Bereich. Ich habe gehört, hier in dem Video von Tokyopop zu den Lizenzen, haben sie gesagt, das Papier orientiert sich an dem aus der Bibel. Das heißt, es muss dann sehr, sehr, sehr dünn sein, sonst kann man das ja überhaupt nicht lesen. Es soll ja ohnehin schon sehr schwierig sein, aber angeblich ist es wohl lesbar, aber wer weiß. Der Mensch, dessen Name in dieses Heft geschrieben wird, stirbt. Eines Tages lässt der Todesgond Ryuk dieses unheimliche Heft des Death Note in die Menschenwelt fallen. Es gelangt in die Hände des Musterschülers Light Yagami. Und schon bald ist diesem klar, er will die Gesellschaft von allem Bösen befreien. Es entbrennt ein gnadenloser Kampf zwischen ihm und seinem Gegenspieler L, einem Meisterdetektiv, der seine wahre Identität geheim hält. Dann haben wir außerdem, ist in dem Sinne keine neue Lizenz, aber ich will es nochmal erwähnen. Hier startet jetzt endlich Shaman King, der Superstar. Der wurde ja schon vor, ich weiß nicht, Jahren eigentlich schon mal angekündigt, das Tokyopop-Ding geholt hat. Von Hiroyuki Takei Action-Adventure Shonen. Der läuft bisher in sechs Bänden noch, zum Preis von 7,50 Euro. Schamanen dienen als Bindeglied zwischen der Welt der Geister, der Götter und der Menschen. Alumi ist eine Schamanin der dritten Generation und auf der Suche nach einem Geist der Superklasse. Mit dessen Hilfe möchte sie den stellvertretenden Krieg der Götter gewinnen, äh, den Flower of Maze. Einer Spur folgend macht sie sich auf den Weg nach Nagano. Doch da ist sie nicht die Einzige. Dann kommt außerdem der Boys Love für den Monat, beziehungsweise hier in dem Monat sind es eigentlich zwei. Mein Nachbar, der Herzensdieb von Hagi. Ein Romance Life Life Boys Love Einzelband für 7,50 Euro. Sudo ist introvertiert und schätzt daher seine Ruhe. Yuki, sein neuer Nachbar, ist da ganz anders. Er ist überaus, überaus flatterhaft, auch geweckt und spontan. Und so lädt er sich quasi selbst bei Sudo zum Essen ein. Es dauert nicht lange, bis er herausfindet, dass Sudo auf Männer steht. Aus Neugierde und der spontanen Laune heraus schläft er mit ihm. Kann aus diesem kleinen Abenteuer Liebe entstehen? Und der zweite Boys Love ist Beast After School von Eiko Ariki. Ein Fantasy Romance Boys Love Einzelband für 8 Euro. In einer Vollmondnacht wird der Student Tsunagawa von einer Bestie angegriffen und verliert sein Bewusstsein. Steckt dahinter sein neue Zimmergenosse, der Austauschstudent Kuroda, der behauptet, ein Werwolf zu sein. Dieser hinterlässt bei seinem ersten Zusammentreffen nämlich keinen guten Eindruck, so schroff und scharfzüngig, wie er auftritt. Doch die Bestie scheint Tsunagawas kleinstes Problem zu sein, denn sein Professor wird immer übergriffiger und Tsunagawas Verzweiflung wächst. Dann sind wir im Dezember bei zwei Titeln. Der erste ist Let's Play A Game of Love von Aya Asano, Drama, Romance, Shoujo-Manga, in vier Bänden abgeschlossen für 7,50 Euro. Showcard-Titel. Uchihara hat zwar eine Freundin, doch das hält ihn nicht davon ab, regelmäßig von anderen Früchten zu naschen. Romantische Gefühle sind für ihn dabei zweitrangig. Wichtig ist ihm vor allem der Spaß. Als er eines Tages beim Fremdgehen von seiner Mitschülerin Koso überrascht wird, versucht er sie mit seiner Playboy-Attitüde um den Finger zu wickeln. Und obwohl sie seine Anmache wenig beeindruckt, haben die beiden ein heißes Schäferstündchen auf dem Schuldach. Uchihara ist von Koso ist kühler Art irritiert und die beiden beginnen eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen. Obwohl sich der Playboy wie im Himmel fühlen müsste, hat Uchihara mit Koso ist dominanter, wunderbarer Art und zunehmend auch mit Eifersucht zu kämpfen. Und dann kommt außerdem in dem Titel noch ein Boss-Draft-Titel, der ein bisschen spezieller mal aussieht. Und es ist Yuki und Matsu von Hidebu Takahashi, Drama Historical, in drei Bänden abgeschlossen für 8,50 Euro. In einer Winternacht müht sich der eigenwillige Arzt Shouan ab, die Leiche eines jungen Mannes nach Hause zu transportieren. Er will den toten Körper für medizinische Zwecke nutzen, dann stellt er jedoch erschreckt fest, dass noch Leben in diesem steckt. Fortan nennt Shouan seinen Patienten und neuen Mitbewohner Yuki und teilt mit ihm Essen und Bett. Sein junger Geliebter hat jedoch nicht nur schneeweiße Haut, sondern auch ein dunkles Geheimnis. Dann sind wir im Januar bei Die tausendjährige Liebe des Dämones von Yui Nanami, ein Fantasy-Smart-Jojo-Manga, der ist in vier Bänden abgeschlossen für 7,50 Euro. Chitose hat es nicht leicht. In der Schule wird sie gemobbt und auch zu Hause hat sie einen Haufen Probleme. Als ihr eines Tages ein leises Hilfe vor sich hin murmelt, taucht plötzlich ein schöner Mann mit einem traditionellen japanischen Schirmfeuer auf. In Chitoses Augen sieht er aus wie ein Engel, doch wie sich herausstellt, ist der Fremde ein Dämon. Er heißt Enju und behauptet, dass er tausend Jahre auf diesen Tag gewartet hat, um Chitose zu begegnen. Enju sieht sich als ihr Beschützer, aber wovor will er sie eigentlich beschützen? Dann gibt es außerdem den Titel Definitely Love von Fujimomo, das ist die Autorin von Lovesick Alley. Dramedy-Romance-Shojo-Manga, der läuft bisher in drei Bänden noch, zum Preis von 7,50 Euro. Und das ist dann auch der Schoko-Cut-Titel für den Monat. Highschool-Schülerin Risa legt großen Wert auf ihre Unabhängigkeit. Um auf jede Eventualität vorbereitet zu sein, schleppt sie alle möglichen Dinge mit sich herum. Das ist in vielerlei Hinsicht ziemlich belastend. Als sie eines Tages auf dem Heimweg dem verletzten Raufbold Sen hilft, weicht er hier fortan nicht mehr von der Seite. Er hat noch nie jemanden wie Risa getroffen und ist sich sicher, dass ihre Begegnung Schicksal war. Risa hat keine Ahnung, wie sie ihn wieder loswerden soll und vielleicht will sie das auch gar nicht. Denn je länger sie in seiner Nähe ist, desto leichter fühlt sie sich. Dann gibt es außerdem der letzte Titel für den Monat, ist Mysterious Disappearances von Nujima. Der Drama-Comedy-Drama-Szenemanga, der läuft bisher in fünf Bänden hoch, zum Preis von 7,50 Euro. Als Buchhandelsgehilfin Osawa mit 15 Jahren ihren ersten Roman veröffentlicht, hielt man sie für einen Genie. Doch mit 28 haben sie ihre Kreativität und ihr Erfolg verlassen. Ihr Kollege Adashino schenkt ihr zum Geburtstag ein seltsames Buch, das ein Kunde im Laden zwischen die anderen gestellt hat. Als Osawa um Mitternacht darin liest, schrumpft sie zu ihrem kindlichen Echt zusammen. Fortan kann sie zwischen ihrem jetzigen und dem damaligen Alter hin und her wechseln. Doch Adashino hat ihr das Buch nicht ohne Hintergedanken gegeben. Er ist auf der Suche nach verfluchten Gegenständen, um sie seinem Auftraggeber zu überreichen und will dafür Osawas Hilfe. Dann sind wir im Februar bei den letzten drei Titeln. Der erste ist Your Sweet Sand von Kodoku Ichi, Rom-Com Shoujo Manga. Der läuft bisher in drei Bänden noch, zum Preis von 7,50 Euro und auch hier der Shoko-Cut-Titel für den Monat. Toko hat etwas an sich, das einen Jungen, den sie nur mit Senpai anspricht, völlig um den Verstand bringt. Ihren eigenen Körpergeruch. Der zukünftige Parfümier mit der feinen Nase kann einfach nicht anders, als dauernd an ihr zu schnuppern. Auch wenn Toko dies anfangs seltsam findet, dauert es nicht lange, bis auch seine Art sie verzaubert. Bei seinem ausgefallenen Berufswunsch möchte sie ihn bestmöglich unterstützen. Auch wenn sie selbst noch nicht weiß, was sie einmal nach der Schule machen möchte. Dann gibt es außerdem zum Titel Bloodlet eine neue Extreme-Edition von Yuki Kodama Action-Drama, die Szenentitel. Der erscheint dann hier in acht Bänden als 2 in 1 zum Preis von 10 Euro inklusive eines Rückenbildes. Highschool-Schülerin Fuyumi ist ein echter Pechvogel. Zuerst landet sie versehentlich in der Hölle, dann wird sie dort auch noch von einer fleischfressenden Monsterpflanze als Zwischenmahlzeit verspeist. Nun muss sie ihr Dasein als Geist fristen. Doch zum Glück hat sich der nerdige Japan-Fan-Staz, der auch noch Vampir ist, Hals über Kopf in sie verliebt und hilft Fuyumi nun dabei, ins Leben zurückzufinden. Beide begeben sich auf eine Reise quer durch die Welt der Menschen und die Hölle. Und dann ist der letzte Titel für das Programm All You Want Whenever You Want von Oh My You, a Drama-Romance-Bosslauf-Manga. Wer hätte das bei dem Titel gedacht? Einzelband für 8,50 Euro. Tsubaki macht aktuell eine ziemlich stressige Zeit auf der Arbeit durch. Sein Chef ist ein übler Zeitgenoss und als Abteilungsleiter ruft und tut Tsubaki alles dafür, die Schikane von seinem Team fernzuhalten. Nach einem erneuten Vorfall wirft ihm jedoch der neue Mitarbeiter Makino mit seinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn an den Kopf, er würde zu wenig Kontra geben. Zu allen Überfluss stellen die beiden dann auch noch am Abend fest, dass sie fortan gemeinsam in einer Firmenwohnung leben werden. In einem unbedachten Moment der Lust schlafen die beiden miteinander. Doch während Makino mehr möchte, hat Tsubaki aktuell keinen Kopf für eine Beziehung. Ob sie sich auf etwas Unverbindliches einlassen können? Das war jetzt also das ganze Programm von Tokyopop. Ich bin sehr gespannt, was ist euer Highlight des Programms? Welche Titel werdet ihr euch holen und wie fandet ihr das Programm so insgesamt? Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Was es für eins ist, habe ich ja schon gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Und bis dahin, tschüss!